Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft hier auf dem Mold-Kanal. Wir sind hier heute mal nicht mit dem Ohne, sondern mit Niklas anstattdessen und den muss ich jetzt erstmal her teleportieren, aber das machen wir gleich noch. Und ja, jetzt eine neue Aufnahmesession und wir werden uns einfach mal ein bisschen wieder, ganz normal, eine halbe Stunde oder so. Ja, Niki, bist du schon da oder? Ich laufe einfach drauf los, also, wäre nett. Er läuft mir gerade hinterher. Ich so einfach geradeaus. Ja, gerade, geradeaus. Ey, habt ihr noch Sachen von mir? Ah, hier ist ein Haus? Ah, nice, wie läuft der? Du gerade noch Sachen von mir? Hab ich Lust. Und ich bin fast tot. Ich brauche noch zwei Herzen und kein Essen mehr. Also, weil ich mich erinnere, dass ich letzte Folge damit aufgehört, ähm, hier irgendwie Essen zu sammeln will. Oder zumindest danach zu suchen, um mein Dach da oben zu bauen. Lecky, du bist hier, hey, auf dich um. Wir bauen hier alle unsere Häuser, eben ganz normal. Was bauen wir? Hat irgendwer Essen? Ja, du kannst ja ja mit Holz holen. Hat irgendwer Essen? Und kann ich. Schade. Und fährt. Nicht schlachten. Nicht benutzen, noch haben wir sowieso keinen Sattel. Ey, wenn ihr Pferde schlachtet, dann seid ihr alle dran. Das ist ein Problem mit mir. Timmy, wo bist du denn? Haha, Mo ist der Pferdehüter. Ja. Wessen Haus ist das mit der Steinhacke? Timmy. Wo bist du überhaupt, Timmy? Wo ist der Steinhacke? Ja, hat jeder hier sein eigenes Haus? Ja. 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 Du räumst jetzt nicht grad meine Kiste aus, Niki, oder? Nein, ich hab's nur geguckt. Ich möchte jetzt auch eins bauen. Hm, bestimmt, Niki. Ich kenn dich. Nachdem ich das ausgeräumt hab alles. Junge, ich warne dich. Das bedeutet Krieg. Ach, PvP ist übrigens jetzt aus, weil es letzte Folge, äh, letzte Aufnahme-Session einfach zu viele Morde gab, meiner Meinung nach hab das mal aus. Boah, komm mal her hier. Niki. Niki, der mach wenigstens die Tür wieder zu, wenn du rausgehst. Ah, Luca weiß. Vorher nachher sonst was drinsteht. Hä? Okay. Luca, was machst du in meinem Haus? Äh, ich bin irritiert. Was macht die alle? Guck mal, wie es da tief runter geht. Wie es da tief runter geht? Wie es da runter geht, Mann. Ist mir auch egal. Wo sind jetzt... Oh, ich sehe, wie heißt man denn? Iiii. Was ist hier? Ist das ein Bug? Ja. Was ist ein Bug? Sprech mal Deutsch, Junge. Ja. Jetzt hab ich vergessen, um die Scheiben zu bauen. Nein, muss man... wo ist mein Arzt. Ach, die war nicht aufgegangen. Dann brauchen wir mal schnell eine neue. Ja, was habt ihr da gemacht? Alter, ist Kohle. Ich hab nur Stein, ey. Was ist das denn? Was soll die Scheiße? Tralali, tralalu, tralala. Lala. Da wär's geil so unter Wasser, was ever. Das war... Was unter Wasser? Was unter Wasser? Wenn der mehr drei Eisenhörer, äh... einmal hat keiner, wer den mal kurz fleid, wäre ganz lieb. Leider nicht. Sonst würde ich dir natürlich was geben, Robert. Natürlich, klar, lieb man dir. So, den, den. Schwul ihr hier schon wieder rum, oder was? Stein abfahren. Schalala, schalali, schwulala. Und als der erste Eisen. Der erste Eisenblock natürlich. Bin direkt schon am rushen hier. Was ist jetzt mit Ole überhaupt? Der hat sich ja letzt mal so gefreut, dass er schon Haus hat. Und jetzt ja, entschuldigung. Ja, ich weiß. Aber er war schuld, dass man nicht dabei ist. Tja, ich wollte gerade sagen. Aber nächstes Mal ist er wieder dabei. Werden wir dafür sorgen, ne? So, jetzt bräuchte ich mal irgendwann essen und Birken wäre nicht schlecht, also wenn irgendwann Birken über hat. Das war jetzt Holz. Was habt ihr denn hier mitgemacht? Was haben wir gemacht? Ja, keine Ahnung. Das haben wir gar nichts gemacht. Das ist nun mal, ne? Das ist nun mal ein Canyon, die entstehen einfach so. Da können wir nichts für. So. Ja. Ich hab Angst, dass ich da runterfalle. Am Ole und Moritz woanders die Häuser? Nein. Mein Haus ist hier in der Mitte. Ich hatte unter Wasser aus. Ach so. Ich hatte unter Wasser aus. Aber wenn er das jetzt echt gemacht hat, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ach und hier unten ist Tim Horst, ja cool Moritz. Cool. Und ich verhore, das ist nicht cool. Ich würde auch gucken. Das war alles natürlich. Ja, es wird ja alles noch viel schöner. Mal tricks, mal tricks. Mal tricks. Mal tricks. Mal tricks. Improvisatorischerweise. Schade Moritz vielleicht morgen. Ach shit ey. Ich prüžere mich dann an die Erde, die ich wollte, aber… Nein egal. Improvisierterweise oder halt nicht, ist das nicht einfach Improvisierterweise. Oh Mann, das ist lustig hier. Egal. Oh, Tim Lukas, ich habe jetzt von diesem Lied so ein Ohrwurm. Highlife? Ja. Stammen wir nachher hier als Hintergrundmusik an dieser Stelle rein, damit ihr auch etwas was gemeint lasst. Das ist auch geschützt. Highlife ist extra, also das ist einfach was in, das ist freie Musik, die kümmern wir uns. Weiter nur noch mal fragen. Ja, klar. Lieber erst fragen und dann machen alles umgedreht, ne? Wer will Eier, wer will Eier in die Fresse kriegen? Wo ist das, machst du mal aus? Hä, voll ab. Aho. Voll in die Fresse. Nice, klar. In your face. Ich habe wieder zu wenig Holz und ich habe zu wenig Essen und... Was ist da los? Ich hasse, dass ich einfach Holz sammle und in mich verlaute. Und ein Ei. Tralali, tralalu, tralalala, lalala, schlalala. Bierke! Wer hat die Farben hier gemacht? Eine Bierke, die schön, eine Bierke, die ist toll. Was, hast du die Farben hier gemacht? Was für Farben? Na ja, oder ja, habe ich wieder. Jetzt habe ich auch gar mal den Kenningeriff, den ich mir auch noch drehen. ich brauche mehr dreck weil ich schon mein erstes verzaubertes schwert was willst du mit dem verzauberten schwert pvp ist aus ne monster schmiedekunst aber das kann in der spitzkirche ein paar Fackeln aber auch mal so ein 30 Stück ein steck voll wieder mein Gott folgt ihm natürlich und und dieser kann ich mal aufziehen kann es auch gerade nicht hochladen Schleifung jetzt sagt sowieso ja ich weiß es ist jetzt gerade nicht hier, deswegen bist du jetzt hier als Gastvertretung sonstiges lasst dich überraschen, wir werden mal sehen wer online ist der macht mit, sag mal so keine Panik ich werde schon nicht alleine aufnehmen nee aber ich mein also zumindest nicht Minecraft, also Minecraft werden immer zusammen machen aber so ein paar andere Sachen mache ich vielleicht auch noch alleine mir vorhin schon überleg, ob ich vielleicht auch mal ein Gamelav Taisun mache schreibt doch mal in die Kommentare was ihr davon halten würdet Gamelav Taisun was ist das? du bist ein Spielentwickler in den 80er Jahren, sitzt in deiner Garage und entwickelst ein Spiel und dann veröffentlichst du das und kriegst dafür Geld und so und das machst du eben ganz viele Spiele und so brauchst quasi dein eigenes Studio auf, kriegst größere Büros gehst dir deine Zeit voran du hast dementsprechend mehr Konsonen und so weiter und mehr Möglichkeiten und spielst du die Geschichte der der Spielindustrie quasi nach also für obersuchtigste und das alles so im die Sims-Stil so ein bisschen für obersuchtigste naja ist eigentlich eher so ein Spiel nebenbei aber macht richtig Spaß Alter Schwede was ist? ich bin ausgerastet, sorry was ist denn? hab wir was zu essen? ne ich hab nicht mehr mehr was auf der Fressleiste hier anderthalb Perzen und nichts auf der Fressleiste Fressleiste Alben Rüstungspunkt tauschen nicht auf Kohle Timmy's Bierkauk hast du irgendwas gegen Bierkauk? ich find Bierkauk ey ich doch mach den nur du darfst ganz geil davon hab's mir mal grad angeguckt oh ich lerbe was hast du dir angeguckt? Ligi was hast du dir angeguckt? dein Haus mach aus ich baue hier mal ein Haussehen ne ich kann nicht mehr mehr sprinten nur wo ehrlich ja doch klar ne echt was ist denn hier? hätte ich jetzt nicht gedacht bei irgendeinem klingt das Mikrofon da gerade komisch an den Endgames von Timmy ja ich auch mit wem ist das? das ist schon mal nicht bei dir und bei mir ist es auch nicht hör uns auf ich auch ich glaub es ist einfach Niki hä? boah Niki ja du kannst mal sehen ja aber Niki ist auch gerade jetzt eingestiegen und nicht so wie ich bei der letzten Ausnahme dieser Session dass ich dann nach ähm nach viertel Stunde das erste Mal mein Inventar geöffnet hab mhm keine Zeit jetzt bist du grad ein bisschen leise Moritz nein ich möchte nicht leise sein jetzt gehts wieder mehr oder weniger gehts jetzt? alles nice mehr oder weniger nein ich bin oh und es wird dunkel nein es wird dunkel ich hasse dunkelheit nein ey das ist so eine scheiße ja definitiv ja definitiv ja voll klar oh nein und ich hab noch nicht mal Fackeln in meinem Haus ey kann mir irgendwer Kohlelelein vier Stück ja ja Luca ich kann mal über die Nacht bei dir ins Haus ja so erstmal überlegen mich das Dach hier zu bauen und wie ich hier vor allem Licht reinkriege in Niki wo bist du denn? wo bist du denn? über dir ich soll denn wo bist du denn? wo bist du denn? über dir was soll dieses Dreck bedeuten? ah der muss hier mich aufbauen so ja ja was wollte ich denn machen? hallo hi ja da haben ein paar technische Probleme gerade man nennt es auch Bruder ha 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 so okay naja wenn du siehst Florian so ist es Nacht die Monsters kommen raus und ja ha 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 größer ein Dächer an dieser Stelle ha 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 er hat uns ja auch schon abonniert ganz süß hm hm Storps stimmt heimlich Luca das sind aber schöne Sachen oh mein PC ist gerade umgekippt oh was? dein PC ist umgekippt? hm hm alter hast du ein bisschen Kohle über? hm 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 kommt drauf an 4 4 4 4 3 3 reichen auch erstmal einfach ich hab dir 4 gegeben eine Holzkohle woher ach hier ist was ich hab ein Holzkohle und zwei normaler werden kann ja du hast das unlegend Dankeschön kein Ding für den Krieg kann ich mit so ein paar Fakern machen um mein Haus aus zum Beispiel hast du ohne Masse? hat irgendwer Wolle für mich? Wolle für mich? Wolle für mich? nein ich müsste hier bei uns so rumlaufen aber wir sehen uns warum haben auch keiner das stimmt schon richtig haha an dieser Stelle grüße an dich Wolle weiß nicht wir wissen dass du das guckst also was an wen grüße? Petri oh leo ach so ok aus rechtlichen gründen erzähl ich den Namen Wolfgang Petri aber er weiß er weiß nein das ist Wolfgang das ist nicht Wolfgang Petri das ist nur eine Nachbildung von ihm ach shit was macht ich so was macht Niki denn da Niki das war es schon wieder nein 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 aber ja mal ich muss ja jetzt welche Richtung vielleicht so 16 Fackern ja jetzt reicht für die grobe Auslassung des Hauses wir sind das so ich mach auch Birke wir haben was zu essen oder so ne das bräuchten wir alle ich hab schon nichts mehr mehr verkaufen als zu aber das heißt Selbstmord sind wir irgendwie auf Peaceful oder so ne mal eben regeneriert sich nicht aber trotzdem sind hier keine Monster ne also ich bin auch normal jetzt kann ich auch schwer und auch friedlich machen ja aber es gibt jetzt ja auch mit Server also ich nicht raj 받 also gibt es doch Monster ok das klärt die Frage im für mich der Welt das wird ein schwer alles Luco beim nächsten Mal muss du nicht ins Mikrofon sonst kriegen wir noch ein Gehörschirm Entschuldigung Uhr Creeper Creeper aber nicht in Moritz Hütte woanders sterben er will echt bei mir sterben ist das ein Asi woher ich binst du du hast mich fast mitgekillt du Junge hä wo bin ich denn jetzt Entschuldigung bist wieder in meinem Haus oder nicht ach du bist woanders gelandet weil ich mein Bett umgemacht hab hier hä dann bist du doch sehr wahrscheinlich ich hab mir schocken was hat er gemacht falsch gebaut dachte grad das wäre eine Kuh oder es ist ein Schaf äh ja klar ein Pferd mein ich ja hier schöne Birke hier schöne Birke äh aber du brauchst nicht gerade mein Haus ausmander oder? scheiße gut dann hör doch mal auf an Timmys Haus von zu hoch sind stopp was was du mein ich ja nicht nein sammeln meine Sachen bitte nicht auf wie geil ihr stellt da ein Loch in ein Band ey ist das lächerlich ja ich weiß guck mal ey ich war kleiner grad mein Haus so lange so lange hier kein Band damit ich das äh jetzt hab ich immer wieder volles äh volles Leben und volles Essen volles Leben und volles Essen äh du hast immer noch Kram von mir oder? noch eins hab ich? nee kann das sein jetzt ist das Problem nur für mich wie komm ich hier wieder hoch ach oh Gott hatte ich hatte ich gerade ernsthaft Essen? war's? das muss ich nachher mal aufhören mal nachgucken hab ich jetzt gerade ernsthaft mit Essen in der Hand von mir Alter Wilde ah nee das war auch nicht so schlau ich suche Birke und ich finde nix Birke ist da hinten rechts haha die Aussage ey genial Birke ist da hinten rechts ich hab gedacht ich bin hier leider haben wir hier noch keine Straßen oder irgendwie derartiges dass man dann erkennen könnte die Straße lang und hinten rechts aber na gut ne gibt beim nächsten Mal vielleicht morgen vielleicht aber wer weiß es wird trocken gelegt hier unten das schön hei heiläuft Ohrburm heiläuft du bist du? du bist du? ich hätte nie auf dieses Lied gekommen ich auch nicht aber ich hab's auch mal irgendwo ähm auf Youtube gesehen und ich fand's von vornherein genial weil es einfach genial ist und ja mal gut beim Spielen ja es ist nicht nur gut beim Spielen das ist immer gut das Lied also das ist beim Duschen das ist gerade erst einmal mit Schuhen gehört? Spinnst doch! Naja, okay, solange du nicht beim Buschen mit Kopfhörern hörst, ist alles in Ordnung, oder? Das wäre interessant, würde ich das mal machen. Ey, was? Ich glaube auch. Boah, mein Lukas war bei mir dann hier, oder nicht? Ja, genau. Über den Skeletter und... Und wo eigentlich Michel mal dazu holen, dass der mal irgendwann anfängt hier Minecraft wieder zu spielen? Können wir mal drüber nachdenken. Michel und Minecraft. Der hat mal Minecraft gespielt, aber noch richtig Alpha oder, ich weiß nicht, Beta eingefallen. Ich habe in der Beta angefangen, Minecraft Beta 1.5-1. Michel, der hat meine Tür geklaut und hat meine Tür geklaut. 21. April 2011 habe ich angefangen. Ach, wegen dieser... Wer hat meine Tür geklaut und jetzt sterbe ich hier, wegen dieser komischen Tür. Ich habe sie nicht, ich habe meine eigene Tür. Mann, was soll das, ey? Ja, mir wurde auch gerade eine Züge. Wurde ihr gerade beide vom Skelett erschossen? Ja, aber mir war es ein Hatterkrank. Ach du Scheiße. Mann, ich bin schon wieder hier hinten, ey, was soll das denn? Das geht doch jetzt dicht. Ach, Luca, ey, kauf dir ein Bett und leg dich rein. Also nicht, wo es hier lang geht. Ich lag gerade aber nur da. Du sagst, was macht dein Bett, wo du da reingesprungen bist? So ist es mich gerade in meinem Bettchen markiert. Ach, das war nur. Nehmen wir an, du. Alles klar. Ich kann jetzt erstmal noch keinen Schmerz mehr haben. Und kein Essen mehr. So wie Beuchen ist meine Budebarte. Ich muss mir langsam mal über das Dachgedanken machen. Eigentlich schon, wie. Material habe ich genug. Ja, ich weiß nicht. Boah, sind die hier viele Monster. Ist das ekelig. Mann, geh doch weg, du blödes Blitz. Ich kann mir das Haus an, da. Ich habe eine Tür. Ist das ekelig, ey. Geht mich denn jetzt wieder hier, Mann? Komm her. Sorry, Bro. Wenn du drin bist, mach ich dir zu. Bei dich. Kommst du jetzt oder kommst du nicht? Wer denn? Ja, ich bin. Wer sonst? Oh, Alter. Hier. Oh. Alter, schon wieder zwei. Wollt ihr mich verarschen? Oh, Alter. Was sagst du, Broba, Oluca? Gut. Nein. Mist. Ne Axt. Ey, du hast ein paar Pfeilen. Ach, geht noch nicht. Oh, jetzt habe ich auch... Oh, gerade wieder angefangen. Dieses Lied, das macht es so süchtig. Oh, das Eisenschwende. Ich glaube, ich überlege diese ganze Folge, über die ganze Aufnahme vielleicht sogar. Vielleicht unterlege ich die ganze Aufnahme, vielleicht sogar die ganze... oder auch nur eine Folge komplett mit diesem Lied Highlife, ey. Weil das Lied einfach so geil ist. Das Lied einfach so geil ist. Bitte schön. Mach mal nochmal ne Tür, hab ich halt ganz vergessen. Alter, dein Ernst. Tja, Luca, das ist schwach, ne? Äh, bitte. Sechs übereinander. Nein! Oh, Creeper! Creeper hinter meinem Haus, nein! Was zum Teufel macht der? Er klettert in den Baum! Und das eine Hexe! Und der Creeper steht direkt neben meinem Haus auf dem Baum. Ich kann ja nur schätzen, was er macht, aber ich glaube, er will dich töten. Ja, aber er steht direkt neben mir auf einem Baum neben meinem Haus. Und da hinten ist eine Hexe gerade runtergefahren. Das ist ein kleiner Adi, ey. Und ich befürchte, dass er mich jetzt gleich umdringen wird, wenn ich hier mein Dach versuche zu bauen. Dachpfanne, oder was hast du gesagt? Wenn ich versuche, mein Dach zu bauen. Ja, Dachpfanne. Du bist auch so eine Dachpfanne, du. Dachpfanne. Was wär das denn? Ey, ich weiß immer noch nicht, was wir sehen. Ey, da ruft die dich. Was anderes ist. Ahhhh. Nein. Ich hab irgendwie nach Hause gefunden. Ach shit. Ey, hab die doch her teleportiert, Junge. Ah ne. Au. Schon mir da runtergefallen. Wo sind jetzt meine Sachen? Genau. Da. Was ist so super großartig? Das ist nicht das, was ich nicht mache. Ach, ich wollte wieder wieder die Tür machen. Das ist gut. Praktisch. Das ist gut. Das ist echt schwach gewesen. Das ist praktisch. Das ist praktisch. Das ist praktisch sogar nicht für. Er ist praktisch gar nicht für. Ja, der Creeper ist weg. Hm, mein Problem ist jetzt immer nur... Doppelpunkt wie komme ich hier immer wieder raus Bau Treppen rein das äh war mein Plan aber ich komme mir nicht mehr aus ich muss andersrum was mach ich denn ey komm ich denn da mal hier wegzubauen hier oh ne ich bin fertig geil oh nein ich auch beim Dach ist jetzt die Treppen irgendwie falsch wo muss ich das Ding jetzt tun oh jetzt hab ich den ersten Ring schon mal fertig so nehmen wir einen Fettacke hier nehmen ey Timmy Creeper im Out ja ich seh es Mist ich hab nur gefühlt nein ey was für einen Dreck ganze Bude nein shit naja gut kein Ding für den King wie Moritz immer so schön sagt ne das kriegen wir wieder hin das ist ein lösbares Problem würde ich mal so sagen ja treppe treppe war einmal ja treppe war einmal treppe war einmal nein nein mein halbes Haus ist auseinander ich hab keine Birken mehr geht nicht los so unser Glas hab ich noch sehe ich gerade ich möchte schon mal wieder einbauen hier ja wir hören dich wieder hast du weg? also ich konnte euch irgendwie kurz nicht hören da kommen dann an mir so so ich komm schon noch alles schön weg so dann ich hab noch Holzführe hab ich ja mal aus Versehen ganz viele gemacht hab oder war ja irgendwas die Dörr dann finde ich gut dass ich so viele gemacht hatte ach Luca ähm ich seh grad hätt er noch Holzführe gebraucht hätt ich was sagen können weil ich hab ja mal aus Versehen so viele gemacht davon ich hätte welche gebraucht hm egal Niklas brauchst du noch Türen? ich kann wie bitte? du bist grad ziemlich leise gewesen Türen habe ich ok übrigens seit Minecraft 1.7 kannst du wenn du äh Control also STRG gedrückt hältst sprinten ne immer so als Tipp weil dann muss man nicht immer Doppel W machen wenn man gegen eine Wand läuft sondern kann auch weiter sprinten na 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 weißt du Niki überhaupt wie man sprintet? keine Ahnung ziel ich gestern hat ney Niki uns übrigens noch gefragt wie man das Inventar öffnet das fand ich sehr süß von ihm haha du hast uns gestern gefragt wie man das Inventar öffnet das war coolst action ever ey Beste halt da hat Timmy sich gefreut aber wie noch nicht so weit aber richtig ja ich würde sagen wir machen auch gleich wieder Schluss ne ja wie lange spielen wir denn jetzt schon wieder achte mal auf den Wecker es ist jetzt ähm 20.51 also ich wäre definitiv dafür dass wir jetzt mal lange zum Ende kommen ja ich brauche grad noch mhm ja ihr wisst ja aus welchen Gründen ne ja dass ich jetzt noch wieder los muss schlimme Termine Fame bei den Mädels ich bin der Gehäte ich bin der Gehäte mhm ja genau ja genau ich bin der Gehäte mhm mhm Also könnt ihr mal... Jetzt fehlt natürlich auch wieder die Hälfte der Fackeln hier, ne? Bitte mein Haus betrachten. Alter, was wollte dieser Creeper hier überhaupt? Steht direkt vor meiner Haustür. Bitte mein Haus mal betrachten hier, weil sie jetzt so schön gebaut. Ja, warte, kleiner Moment, ich komme. Warte, ich muss... Mal kurz check, check, ob mein Haus jetzt ganz heiß ist oder ob da... Hier scheint nicht so. Niki hat direkt... Ach, hier geht's runter? Au, tut dir wirklich weh hier runter. Warte, warte, warte. Ja, du musst ja nicht übertreiben. So, genau. Ja, ähm, ein sehr schönes Haus, die Einrichtung, ist sehr minimalistisch. Gefällt mir sehr gut. Also, ähm, ich bin ein Fan von Minimalismus und deswegen... Der Innenarchitekt hat große Arme geleistet hier. Oh, war das gerade ein Zombie? Ach, nee, das war Luca. Ey, was weiß. So, und dann... Ja, Entschuldigung. ... und dann noch da. Und dann kommst du hier auf diese beiden Steine. Das ist der Ausweg. Ui. Komm mal, nennen wir deinen Haus zu fähig, ich seh das gar nicht. Reinspringen. Da ist er noch. Ja, aber. Ich sterbe. Na gut, ähm, ich würde sagen, das reicht für heute auch erstmal schon wieder, ne? Jo, ja, was, ähm. Ja, gut, sagen wir mal was. Tschüss. Hat um. Yes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Nice. Tschüss. Tschüss.